Ja, wunderschön einfach noch. Pick up simple. Ja, und jetzt kombinieren. Jetzt muss ich ja hier von der Tasten-Kombination suchen. Hallo? Das mal speichern. Game 12. Okay. Ja, verstehe ich lieber. Hallo? Ha? No. Wie kann ich da mal ein scheiß Taschenlampe weglegen? Oh Gott. Ist das dunkel? Leg die Taschenlampe weg. Nee doch. War daran ja zu schwer. Jetzt hab ich schon mal wenigstens etwas. Eine Kerze. Oh, muss ich jetzt hören? Oh Gott. Hallo Daniel. Through the candle? Warum? Egal. Hier. Oh ja, komm Bitch. Brenne! Brenne! Oh nein, sie ist unsichtbar. Sie kann sie unsichtbar machen. Ich stampe. Oh Gott, was sind das denn für Bilder? Ja, so sehe ich zuhause auch was immer. Ja toll, jetzt brennt sie im Büro. Freut sich der Boss, wenn er morgen kommt. Könige. Hm. Da war doch ein, ich wollte grad sagen, da war doch ein Feuerlöscher. Genau. Das ist so, das ist so fantastisch. Boah, das ist Innovation pur. Das ist alles verruferisch, um das Feuer auszumachen. Nimm dir die Kerze. Warum nimmst du dir nicht die Kerze? Nimm dir bitte die Kerze. Komm oder geh. Ach ich geh da nicht lang. Ich wollte ja gerade gucken, ob Robert vielleicht ne Nachricht wieder für uns hat, aber... Ach komm. Ich hab ja eh keine Wahl. Ja, Robert hat ne Nachricht für uns. I'm opening the door. Be safe my friend. Puh, danke Robert. Äh, meine Frage Robert. Warum hast du das nicht schon früher gemacht? Hallo. Warum ist es hell? Willst du sagen, wie der Tag? Lauf Junge. Bloß nach Hause für dich. Linda wartet. Du enttäuscht sie. Du enttäuscht sie. Geh nach Hause. Du hast es dir verdient. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist doch schön, dass ich entkommen bin. Aber morgen zur Arbeit komm ich nicht. Ich bin krank. Ja. Ja. Das war One Late Night. Hab es jetzt doch durchgespielt. War doch ein bisschen kurzer als ich dachte. Einmal ist mir die Aufnahme hier abgeschmiert. Also einmal ist das Game abgekackt. Sonst war es eigentlich ganz cool. Ein kleines Horror-Feeling. Wie sie gesagt haben. War wirklich Horror. Also. Es gab wirklich Stellen. Da dachte ich mir. Oh mein Gott. Scheiße. Muss das jetzt weiter machen. Besonders war ich so eine lange Pause zwischen. Wo die jetzt das Spiel abgekackt ist. Und nicht weiter jetzt. Heute gezockt habe. Und naja. Gut. Let's test. Strich. Strich. Let's play. One Late Night. Wir sehen uns wieder Leute. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. Noch mal. Haut rein. Astana Wieser. Und du. Ballon. Hab ne Phobie. Egal. Tschüss Leute.